Mein spontanster Einfall wäre zunächst einmal mehr Lernfläche anzubieten, weil ich denke, dass davon profitieren alle Studierenden, auch der verschiedenen Institutionen. Und ja, persönlich, subjektiv, wir haben zwar ein großes Angebot an Mensa und verschiedenen Sachen, die wir kaufen können, aber ja, ein bisschen höherwertiges Essen gibt es eigentlich hauptsächlich in der Mensa Vital und ich glaube, der Trend der Zeit, der geht auch mehr in die Richtung. Das heißt, ich finde, da könnte man das Angebot auch weiter erhöhen. Ja, zum einen die Erhaltung von Fördprogrammen in der Universität, zum Beispiel die Programmierstarthülfe oder die Vorkurse. Ich glaube, es wird gut verwendet mit Klubs, Sportklubs. So, back at my uni in Essex in the UK, we have free sports, everyone can sign up to as much as they like and it's fantastic, every week it brings a real community and yeah, I believe this will be well spent. Zu allererster Mal würde ich die Lerngruppen gerade in Tutorien und Seminaren kleiner gestalten. Ich würde gerade in den Naturwissenschaften für eine bessere Ausstattung in den Praktika sorgen, einmal vom Equipment her, dann natürlich auch mir Möglichkeiten bieten, Versuche durchzuführen, sprich nicht an Chemikalien oder dergleichen einsparen. Und ich würde gerade im Bereich der Lehrbücher auch für eine größere Anschaffung von digitalen Lizenzen sorgen und auch die Präsenzbuchbestände wesentlich erhöhen. Mit so viel Geld würde ich hier an der Uni eventuell die Angebote an Tutorien für das ganze Semester anbieten, dass mehr Studenten an freiwilligen Tutorien teilnehmen können. Das wäre ein Punkt. Außerdem könnte man, Cappuccino hat die Preise aufgeschlagen, da könnte man vielleicht noch einen billigeren Kaffee raushandeln. Ansonsten bin ich sehr zufrieden hier.